Musik Lernen Sie von den großen Internet-Marketern, die haben mir auch sehr geholfen. Schauen Sie sich die Launch-Mails an, wie die das machen. Schauen Sie sich die kostenlosen Videos an. Schauen Sie sich die Schulungen an, die momentan gerade angeboten werden. Und wenn das etwas ist, was Sie im Moment brauchen, wo Sie einen Engpass haben, dann bestellen Sie sich das. Aber bestellen Sie sich auf keinen Fall etwas, wo Sie sagen, das könnte ich vielleicht mal...